Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie an Ihrem Karrewurstschneider die Schnittgröße einstellen. Trennen Sie zuerst die Stromversorgung. Lösen Sie beide Schrauben. Entfernen Sie den Deckel. Nun können Sie die Schraube lockern am Abstandshalter. Den Abstandshalter können Sie jetzt justieren. Ziehen Sie die Schraube an. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gerät. Befestigen Sie beide Schrauben wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017